Ich möchte hier keine deutschen Unternehmen fronten, deswegen sage ich jetzt nicht, welcher Stromfirma das ähnlich sieht, riesig lange Stromtrassen durch irgendwelche Wälder zu ziehen, ohne irgendjemanden vorher zu fragen. War das nicht mal bei uns Thema? Ja, ja. Wir wollten da einfach unseren Wald abholzen, da wäre ja nicht mehr davon übergeblieben. Ja, dann haben wir uns alle in die Stadt gestellt und auf den Träger gesetzt, da hieß es ja, nee, das wollen wir nicht und dann haben sie aufgehört. Kohle wollte ich sagen. Ach du Scheiße, bitte sag mir nicht, das ist da oben. Das ist da oben auf dem Berg. Lol. Jetzt im Ernst? Ja. Warum nicht? So, auch einmal an die Zuschauer im Stream. Ähm, ich nehme das parallel auf und auf meinem YouTube-Kanal gibt es dann die Videos in etwas kürzerer Form. Ähm, eine Woche Video, also jeden Tag ist jetzt schon übrigens schon draußen. Die sind wahrscheinlich etwas langweiliger, weil nicht viel passiert ist. Ich werde die Videos ab jetzt ein bisschen anders schneiden. Mehr Fortschritt und weniger die Gespräche und Talk, den ich und Ole halten, äh, reinschneiden. Wissen mehr den Fortschritt, wissen mehr was so passiert und, ähm, die Leute, äh, die es dann den Talk anschauen wollen, wissen halt hier hin. Ansonsten, mein YouTube-Kanal ist verlinkt auf, ah, ja Ole, wo ist denn der eigentlich verlinkt bei dir? Irgendwo bei dir. Auf meinem Twitch-Profil. Genau, da ist der verlinkt. Schaut vorbei. Würde mich freuen. Bist du eigentlich ein Zuschauer bei deinem Stream oder hast du nur Pop-Out-Chat draußen? Äh, äh. Nee, ich hab das Twitch-Dashboard offen, wenn man da als Zuschauer gilt, dann bin ich auch noch Zuschauer. Hm. Hm. Ja, das Ding ist, solche kleinen Sachen, das, das beachten die nicht mit rein, auch in dem Dashboard von YouTube. Ganz im Ernst, die Statistiken von YouTube, die sind geil, man kann so viel geile Sachen auslesen, das ist so nice. Kann so viel Zeug sehen, das ist richtig hilfreich so, aber das Ding ist, es ist ungenau bei kleineren Zahlen. Das hat so Abweichungen von fünf Viewer oder so. Das mag jetzt nicht viel erklingen, ist auch absolut unrelevant für etwas größere YouTuber, aber so für kleinere YouTuber, so wie mich jetzt, wenn man einfach nur so, äh, 20 Views oder so auf dem Video erstmal kriegt, dann ist das ganz angenehm, äh, wenn man da mal so genau sieht, wer, wie lange und was so, ähm, also wer sieht man nicht, wirklich. Ja, ja, aber... Aber trotzdem ist halt schon ein bisschen angenehmer, aber das ist halt schade, dass die darauf keinen Wert legen, das ein bisschen ganz, also so ein Stückchen genauer zu machen. Ähm, also die Viewer zahlen das stimmt schon, aber es gibt halt generell so die Statistiken, da widerspricht das eine dem anderen, weißt du? Da sagt Zuschauer dieser Woche, äh, maximal irgendwie nur, nur, keine Ahnung, drei oder sowas und dann Zuschauer vom letzten Video steht auf einmal zehn. Also das macht zum Beispiel keinen Sinn so manchmal, aber, äh, das ist ein bisschen schade, aber das ist absolut unrelevant für größere YouTuber, deswegen... Ist das auch eigentlich egal, ne? Also für den Anfang ist das halt so, aber... Deswegen, was ich, worauf ich hinaus wollte, ob du jetzt als Zuschauer zählst oder Peng, ist halt nur schade jetzt, damit man nicht die wirkliche Zuschauer kennt, aber... Das ist halt, jeder Zuschauer zählt man jetzt halt wirklich irgendwie mit, ne? Äh, wenn man, wenn man so klein ist, aber wenn du einfach, keine Ahnung, so 300 Zuschauer hast oder sowas, dann jucken dich 10, 15 Zuschauer absolut nicht. Also, denke ich mal. Also ich meine, das ist schon schön, wenn du 10 oder 15 Zuschauer mehr oder weniger hast, ne? Also mehr halt, in dem Fall. Mhm. Aber, ob das jetzt nun so ist oder nicht, ist jetzt, na, wichtig ist es jetzt nicht, denke ich mal. Ja, leider Gottes. Hast du eigentlich deine Verteidigungswaffe dabei? Nein. Ich schon. Scheiße. Ich finde, die sieht irgendwie lustig aus. Ja. So wie so eine überentwickelte Druckluftkanone für Gabeln. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich laufe nochmal zurück. Um dir deinen Gabelwerfer zu holen. Ja, ich will den Gabelwerfer. So, aber jetzt kann ich nochmal mehr Platten mitnehmen. Also eigentlich, eigentlich ist das doch super. So, wo hast du denn das hingelegt, die, die, die Waffe? Da. Und auch 50, 50 Schuss. Das ist nice. So. Jetzt haben wir 135 Platten. Das reicht bestimmt erstmal. Nein, also das wird nicht reichen, aber... Weißt du, was das Schöne ist? Wir können die Kohleleitung dann einfach mal in einem Conveyorlift hier runterfahren lassen. Stimmt. Stimmt. Geht das überhaupt so lang? Bestimmt. Obwohl, wobei das wahrscheinlich ziemlich dämlich wäre, weil... die Plattformen müssen halt eh da bleiben für die Stromleitung. Dann können wir auch ein Band legen. Kommen wir am Ende aufs gleiche raus. Band ist teurer. Weil wir hier so kreuz und quer laufen. Nö, will ich nicht behaupten. Soll ich dir erklären, warum? Warum? Band runter und dann gerade Conveyorlift. Und hier bauen wir diagonal kreuz und quer. Ich muss mal kurz auf eine kleine Dora the Explorer Tour gehen. Weil? Ich glaube, ich habe einen besseren Weg für unser Band gefunden. Weil dann können wir die ganze Kacke hier natürlich da abbauen, ne? Also wenn der Weg, den ich hier habe, besser ist, ja. Weil ansonsten muss die Kacke halt eh da bleiben für den Strom. Weil dann kann man die ja direkt... Weißt du, was man machen kann? Man kann die ja direkt über den ganzen Berg einfach gerade rumlegen. Und dann ganz am Ende, da auf unserer Seite, einfach Conveyorlift nach unten fertig. Und zwei, drei Plattformen, so weißt du. Hä, wo bist du denn hochgegangen? Wie vor allem? Ich bin bis zum Ende von meiner... meinem Dingens gelaufen. Ja, aber ich bin einfach noch im Wasser. Ich glaube, du bist hier langgegangen. Nein, bist du nicht. Wo bist du langgegangen? Ach, hier hochgeklettert? Ich bin direkt am... Oh, Entschuldigung. Ich bin direkt am Wasserfall links abgebogen. Ich bin nach unten gegangen. Absolut kein Plan, ey. Ich bin hier gerade... Komm mal zurück zum Wasserfall. Ja, okay. Weil wenn du da langläufst, dann läufst du doch theoretisch einfach nur nach unten, oder nicht? Nee, hä? Ach, dass du da langgegangen bist. Geh halt hier so rein, aber... Ja, aber komm mal mit. Ich zeig dir nämlich mal, wo das hier hinführt. Es ist hier schon ziemlich steil. Das ist mir beim normalen Gehen gar nicht so aufgefallen. Ja. Ah, wie hoch man einfach springt. Jui! Oh, fuck. Na, Spinne? Wo bist du, hä? Alter, was ist die denn so schnell? Ja, deswegen haben die auch Dodging-Hacks. Pass auf, die rennt dir daher. Oh, ich hab halt vorbeigeschossen. Oh, nein! Ich hab noch mal vorbeigeschossen. Ach. Alter, wie viel Platz hier oben ist. Einfach hier produzieren. Ah, da ist direkt der Weltraumlift. Nice. Genau, und deswegen, wenn du jetzt mal nach hier vorne mit an die Kante kommst, hier, wo ich den Beacon gesetzt hab, von hier aus kannst du auch direkt das Kohlekraftwerk sehen. Äh, dann können wir hier einfach einen Lift runter machen und müssen hier halt nur irgendwie einen Weg finden, wie wir hier den Strom hochlegen. Warte mal, ich will mal das auch probieren. Ich hab grad keinen Mass. Fuck. Ja, ja, danke. Danke, danke. Reicht. So, ob das geht. Ja, guck mal. So, und dann nach ganz unten. Kannst du, geht das? Kannst du da unten hinbauen? Es ist zu weit weg vom Gucken her. Aber guck mal, dann können wir, wir bauen, warte mal, ich baue das beides mal wieder ab, hier, das da. Nein, nein, lass das stehen, lass das stehen. Ja, ja, ich baue das trotzdem ab, weil ich will das so weit wie möglich, ich will das so weit wie möglich an den Rand setzen, ja. Aber bist du grad beim nach unten gehen? Ja. Weil dann ist das, kann da überhaupt so viel über eine Leitung rüber gehen? Gibt's doch nicht eine Limitierung pro Leitung oder so? Bevor wir uns jetzt komplett verschätzt haben, ne? Ja. Ich scanne jetzt nochmal nach Kohle und guck, ob die wirklich hier oben ist. 700 Meter weit weg von hier. Oh, die ist wahrscheinlich ganz oben, ist die wahrscheinlich. Hey, oder? Ah, dahin ist aber ein Weg, da kann man hoch, geil. Ich reiße jetzt schon mal die alte Stromleitung ab. Aua. Lol. Liegt mir halt einfach Fros Visier. Ah, 3-Wertig, 3-Wertig, 3-Wertig. Nein. Ah. Ich guck dir. Meine Aiming-Skills sind einfach geil. Ja, die Sense in dem Game ist nicht auf Shooter ausgelegt bei mir. Nein, nein, das geht eigentlich. Ah, oh, 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 oh. Hui, ja, aber. Das war halt. Nein. Diesen Wasserfall hier hoch zu klettern ist aber auch, sieht bedrohlich aus. Autsch. Oh, 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 oh. Was ist los? Nein, wir haben noch klatscht still. Boah. Das war gerade close. aber ich muss halt was ersten so und weil ich gerade fast gestorben bin von den vier das ist ja voll der dichte dschungel wo bist du denn da ich gehe auf der linken seite lang weißt du ja ich gehe jetzt hier mal durch ich bin hier halt gerade wirklich nur so casual lang gelaufen wollte durch schon wieder also so leid mir das tut aber hier ist alles radioaktiv los mit dem hat er dann können ich habe acht super computer gefunden ist das jetzt schon hilfreich eigentlich nicht aber es ist gut ich kann einfach keine schrauben mehr einpacken mein inventar einfach voll wir brauchen 256 megawatt um das frack hier zu öffnen ja können wir dann machen wenn wir angedockt haben hier und dann weißt du was ich gefunden habe ein großes lava vieh das ist unvorteilhaft ich habe ein zweites großes ding ins vieh gefunden und ich habe so gut wie keine munition mehr und das ist eine gruppe aus zwei jungen die dinger denn so gut okay die großen ding ins viecher sind genau auf der kohlequelle ich bin durch die map gebackt gerade möchtest du herkommen und mir helfen nein nein ich bin durch die map gebackt bin dadurch irgendwie gestorben also das ding hat mich eigentlich nicht mehr erwischt und jetzt schwebe ich hier so rum aber ich bin oben über der map wenn du wieder zurückläufst du kannst mich wieder respawner du kannst du wieder aufheben oder echt das geht nicht dass ich wüsste doch ich muss doch nicht respawn dafür doch musst du aufheben